Hallöchen und herzlich Willkommen zurück hier zu Going Medieval. Mabel und Dudley sind nicht die Glücklichsten, die will ich mir jetzt direkt mal anschauen. Was denn los? Nahrung? Ne, was bist du denn? Nicht hungrig, fröhlich, gut ausgeruht. Hm, oder ist Mabel die... Ne, was ist denn los? Hallo? Dudley? Dem geht's auch soweit gut. Naja, vielleicht war es einfach nur so eine erste Eingebung. Ist auch süß, wie die Treppe hier sich so nach oben fährt. Wir lassen sie auferstehen, die Treppe. Aus dem dunklen Boden. Also ich bin gespannt, wie weit wir kommen, bis die Feinde kommen. Ob wir hier halbwegs schon irgendwie in eine Richtung was fertig machen oder wir dann doch irgendwie eher Pech haben. Achso, jetzt haben die das hier... Ja, das ist nicht so schlimm. Ich würde dann, ähm... Hier hinten würde ich ganz kurz letztlich dann auch noch ein... ein Häuskind rumbauen, um diesen Lagerplatz so ein bisschen zumindest. Wie gesagt, nur so zum Teil. Hankin, Hankin, du Guder. Ach, Hankin und Mabel sind schon zwei tolle. So, Colin ist erstmal am Futtern. Beschafft Ressourcen, beschafft Ressourcen. Der baut... Ja, das ist doch Träumchen. Hankin, Colin. Meisterschütze. Colin, haben wir dir für dich vielleicht irgendwas... Irgendwas im Lager. Oh, hier liegt noch ein ganzes Viehchen. Ähm, Colin. Äh. Achso, du bist zu schlecht, um ihn auszurüsten. Okay, dann kriegst du zumindest das Schild. Ist besser als gar nichts, hätte ich jetzt gesagt. So. Mal was. Die Dächer können wir ja ausblenden. Dann passt das ja so. Können wir sogar noch... Ja, so ist in Ordnung. Dann seh ich so ein bisschen was zumindest. Dudley, was ist los? Hungrig, dann isst doch was. Wir haben doch was. Also Bären und so haben wir auf jeden Fall. Hallo? Okay, wir haben noch zehneinhalb Stunden. Ich glaub, das wird knapp hier. Der wird knapp. Aber ein so ein Ding haben wir schon mal. Ist ja auch bescheuert. Das ist auch gar kein Ding. Und das haben sie aber schon... Okay. Muss ich nicht verstehen. Muss ich nicht verstehen. Die haben jetzt natürlich schon ganz schön was zu tun. Ich will mal ganz kurz was gucken. Ob wir hier vielleicht ein bisschen was... Ja, sag ich schon. Optimieren können. Alle erhöhen, alle verringern. Achso, nee. Das will ich natürlich nicht. Anpflanzen. Warte mal, wer hat denn... Was braucht man da? Botanik 2, Botanik 16. Dann kriegt der hier mal... Anpflanzen auch noch auf 1. Mit Botanik 16? Klärchen. Bergbau 19, okay. Bau, Anpflanzen, Bergbau 19. Dann kriegst du das auch noch mal auf höher. Achso, genau. Auf die gleiche werden von links nach rechts. Ja, nee, okay. Dann machen wir den 1, 2 da runter. Damit er trotzdem sich auf Forschung konzentriert. Das ist jetzt auch echt wichtig. Wir müssen mal gucken. 3, wir haben gar keine, okay. Ich überlege gerade, was wir als nächstes. Holzwaffen wäre vielleicht theoretisch nicht schlecht. Und wo Haltbarmachen auch nicht schlecht ist. Aber ja, ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen... Dass wir noch ein paar Waffen auch dann herstellen können. Falls uns dann mal wieder jemand angreift. Ach, er gärtnert. Schön. Es hat funktioniert. Colin, du gutst das. Was haben wir denn hier eigentlich hingemacht? Das sieht aus wie Rüben, ne? Karotten. Ja gut, fast dasselbe. So, Maybell ist schon am beten. Was haben wir denn hier? Kräuter. Ernten. Was kann mal irgendjemand machen? Ach, Henken macht auch gleich mit. Okay, Henken. Okay, die Bäume hier habe ich ja noch auf Dings gemacht. Fällen. Wir könnten natürlich hier diese Bäume auch nochmal mit fällen. Botanikfertigkeit auf 17. Ja, das ist doch hammermäßig. Das ist ja Träumsche. Oh, jetzt haben wir hier aber viele. Ähm, 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 ähm. Jagen. So. Das ist ja der Hammer. Also dann haben wir echt viel Fleisch. Wir haben ja... Wir haben hier noch Fleisch liegen. Und so noch ein Dings. Weil wir haben es ja noch nicht gerne. Und hier haben wir auch noch ganz viel Fleisch. Also das mit dem Essen sollte nicht unser Problem sein derzeit. Eintopf ist auf dem Lagerplatz verrottet. Nein! Oh, Leute, das ist nicht gut. Ich bräuchte mal irgendjemanden, der... Ähm. Ja, du hast doch... So, warte mal. Ähm. Was machst denn du hier sonst noch? Ja, Forschung und Bau. Ja, okay. Dann kannst du dich vielleicht auch mal um Transport kümmern. Was hast denn du noch? Meisterschutz, oh, auf Stufe 9. Hammermäßig. Umgang mit Tieren. Bist du schlecht? Hast aber eine... Okay. Bergbau, Intellekt. Ja, Intellekt. Ähm. Ja. Ja, Forschung auf 2 reicht, glaube ich, wenn wir den anderen erst mal bei Forschung 1 haben. Dann kann die sich jetzt hier mal ein bisschen um den Transport kümmern, die gutste. Damit das nicht alles überall verrottet. 2 Stunden 55. Oh, das wird... Das wird... Das endet nicht so gut. Kann ich eigentlich... Machen die das automatisch? Das... Das... Da bin ich echt gespannt drauf, ob die automatisch die... Männekicken hier angreifen dann. Dadlay, was machst du denn? Hey, Dadlay, was ist los mit dir? Vorsichtig. Ach, Dadlay, Mensch. Ja. Dadlay, du bist auch ein... Du bist auch ein... Du bist auch ein Highlight. Wurde dir das jetzt geklaut, oder wie? Ähm. Ja, du sollst doch auch nicht... Hä? Du sollst doch auch nicht jägern hier. Wieso, 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 hä? Du bist doch auch gar kein Jäger. Das verstehe ich jetzt nicht. Was sie jetzt für ein Problem hat. Beziehungsweise das Spiel. Henkin, Colin, Mabel. Siedler werden Jagdtätigkeiten zugewiesen. Sie haben aber keine Fernkampfhörfen zum Jagen. Hustet dann die Jäger mit Fernkampfhörfen auch. Ich hab die doch gar nicht zugeordnet. Was wollt ihr denn von mir? Mit der Bauvorstehend die Dings kommen. Oh, oh, oh. Du sollst doch gar nicht jägern. Ja. Oh, oh, oh. Gewalttätige Erpresser. Verschwundenes Eigentum. Der Unmensch sprach. Sanft, aber bedrohlich. Henkin gehört mir. Übergebt mir meinen Sklaven, oder ihr werdet alle leiden. Es war ein Toternst. Die trotzigen Siedler von Wolfkott weigerten sich, sich den Forderungen der Angreifer zu beugen. Das heißt, Angreifer sind eingetroffen. Deine Siedler haben einen positiven Stimmungsmodifikator. Du bliebst standhaft und gabst ihren Forderungen nicht nach. Die Leute von Wolfkott griffen zu den Waffen und machten sich kampfbereit. Ach du je. Oh, oh, Gott. Das wird jetzt lustig. Einziehen. Deine Siedler direkt zu steuern. Ziehst du sie ein. Wähle sie aus und klicke in ihrem Auswahlfenster auf die Aktion Einziehen. Tipp. Okay. Und dann soll ich dir sagen, die soll den angreifen, oder was? Tipp. Du kannst mehrere Siedler auswählen und einziehen. Verwende das Siedlerfenster links, um schnell einen bestimmten Siedler auszuwählen. Oder. Okay. Platzierung und Bewegung. Ein eingezogener Siedler. Geh dorthin, wo du ihn schickst. Greift an, wen du befiehlst, an eine Stelle, um Siedler dorthin zu schicken. Okay. Während des Kampfes schießt ein Bogenschützer auf jeden, der sich in seiner Reichweite befindet. Während ein Nahkampfsiedler wartet, bis sich der Feind nähert oder ihn angreift. Platziere Bogenschützer auf höher gelegenen Geländen, damit sie eine höhere Präzision, Reichweite und kritische Trefferchance erhalten. Okay. Okay. Ich kann Pause mal, weil ich muss ja jetzt erstmal, das sind ja jetzt die Wände kicken. So, wo bin ich denn hier? Hier bin ich. So. Dudley. Dudley, kannst du mal hier hingehen? Und nee, besser noch dahin, wenn du hinkommst. Das wäre super. Hankin, was hast denn du? Mabel. Mabel. Du kommst mal hier hin. Oder nee, du kannst mal auch da hoch gehen. Ich schicke die erstmal alle. Also ich glaube zumindest, dass ich das jetzt mal so mache. Ich glaube, die schicke jetzt alle mal da hoch erstmal. Damit die da oben erstmal kurz geschützt sind. So. Hopp, hopp. Okay, das hat nicht funktioniert. Du gehst immer bitte da oben hin. Ich weiß jetzt nicht, wo sind die, woher kommen die jetzt? Ich sehe die jetzt gar nicht mehr. Äh, hallo? Wo seid ihr? Angreifer, hallo? Hallo? Wo sind sie hin? Feinde haben ihren Angriff gestartet. Ja, wo bist du denn? Ich sehe euch nirrt. Hä? Dorfbewohner sind erschöpft. Wieso? Könnt ihr hier reingehen? Äh. Echt nicht? Ach komm schon. Also ich frage mich halt, wo die... Ach, da kommen sie doch. Ah, okay. So, Dudley. Stell dich mal da hin. Mabel. Geh mal dorthin. Und Hankin. Du gehst auch mal dorthin. Colin, du kannst mal schlafen gehen. Raubzug! Sieg! Die belagerten Siedler wurden im Frühling des Jahres 1353 angegriffen. Ihre Tortur dauerte drei Stunden und 22 Minuten. Oh, das hat sich jetzt nicht so lange angefühlt. Zum Glück überlebten alle Siedler den Überfall. Zwei eingeschworene Feinde starben während des Kampfes. Dudley Goddard war am tapfersten unter den Siedlern und versetzte dem Feind die meisten Schläge. Hankin Haus nahm den meisten Schaden durch den Feind und dachte nur daran, Wolfgott. in der Stunde der Not zu verteidigen. Hankin! Okay. Was ist denn mit dem hier? Hallo. Oh, Mensch, der ist jetzt auch tot. Klasse. Oh, wir haben durch das jetzt natürlich... Ach, okay. Ja, meinetwegen sollen die das ruhig erstmal alles einpacken. In dem Sinne. So. Gut, dann kann ich jetzt, äh, die hier erstmal wieder befreien in dem Sinne. Ne? So. Sehr schön. Also, ich würde dir schon was sagen. Ähm, für die Folge war es das jetzt. Wir haben unseren ersten Kampf gewonnen. Also, ich würde sagen, das ist, äh, bombenmäßig. Also, ich finde es bombenmäßig. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. So, auch von den Animationen her, wie das so abläuft. Also, ich fand es eigentlich gar nicht schlecht. Also, man muss sich kurz reinfuchsen, wie es dann funktionieren soll. Aber eigentlich ist es gar nicht schlecht gemacht. Und man sieht halt auch wirklich, dass die kämpfen oder beziehungsweise, dass die bluten. Aber jetzt liegt natürlich hier so eine Leiche rum, ne? Leiche eines Feindes. Na, super. Ähm. Das ist jetzt halt so ein bisschen eklig, ne? Aber mal gucken, was die damit machen. Also, ich bin gespannt. Lasst gerne ein Abo da, damit ihr dann die neuen Folgen nicht verpasst. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschaui!